Er ist so insecure, er braucht den Last-Pick. Welcher Pick ist gut gegen Akshan Talon? Ich überleg gerade... Ich pick den Nautilus, also wir können noch ein bisschen warten, aber Nautilus ist einfach zu fucking gut. Ja, 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 wir müssen hier Nautilus. Tristana, oder? Aber wir können jetzt, glaube ich, nicht Tristana. Wir können nicht Tristana picken, ja. Wir können Tristana flexen. Oder ist AP Kaiser noch möglich? Bitte? Ich gehe sowieso AP Kaiser, AP Kaiser ist viel besser. Ja, dann go Trist, no? Ja, dann gehen wir Tristana, ja. Ah, die Mitte, AP Tristana. Wir können auch Nautil Mitte und Tristana Support, die rechnen damit nie. Das können wir auch machen, ich spiele einen bösen Nautilus Mitte. Oh mein Gott. Das Ding ist, gegen Enemy Botlane ist Tristana not even bad. Nein, bitte, Leute, please. Aber Kaiser ist halt shit. Ich finde, das ist ja ganz schön insecure, Leute. Danke, Freddy, danke. Ich weiß, das zu schätzen. Das ist natürlich unser parlamentarisch schlechtester Spieler auf einer Solo-API-Quelle, ne? Aber kriegen wir hin, kriegen wir hin, Jungs. Wieso bist du der vermeintlich schlechteste Spieler? Weil ich nicht, ich habe kaum gespielt. Was soll ich tun? Ja, deswegen vermeintlich? Nein, nein, schwarz. Sorry. Aber das Match-Up ist das überhaupt, also es ist schon gut, ne? Für das Midlane-Match-Up? Ja. Das ist gut, ja. Wenn man es gut spielt. Wow, es gibt einen neuen Nautilus-Skin. Wie badass sieht der denn aus? Anyways. Äh, mein Chat sagt, es soll Brücker in seines Summoners erinnern und arguing, du sollst wohl unbedingt Items kaufen. Weiß nicht, was es damit auf sich hat, aber... Oh, oh mein Gott. Schreiben ein paar Leute. Meine Themen haben sich einfach geändert. Fuck. Ja, äh, good luck. Na? Ich bin ein Banger. Good luck. Das ist doch fein. Was habt ihr, Jett? Ihr Jett, das ist ja ein Botland-Prior hat, übrigens. Also ich glaube, Cere pusht sehr gut. Ich habe Minion-Demand dabei. Also wir können contesten dann. Ja, aber Level 1? Nein, 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 nein. Nicht generell, aber quasi die ersten Level von Cere sind einfach die guten Push. Weil es ist ja noch ein Hyper-Carry, das passt schon, balancing-wise. Oh no. Und wir kurz Socken holen. Ich bin Level 9. Ja, nichts ohne Socken. Socken hätte ich nicht gespielt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, um ihn mit euch wieder zusammen zu spielen nach langer Zeit. Ja, tatsächlich. Ich freue mich auch. Oh, es ist laut. Oh shit. Oh, die Einstellungen sind alle komplett scum. Ja, natürlich, natürlich. Oh no. Wait, dann mussten wir pausen, oder? Hab ja das einfach nicht vorher gemacht. Ich schaffe das in... Nein, das pausen, wenn ihr das machen müsstest. Nein, also bei mir ist alles anders. Du bist so eine besondere kleine... These guys didn't do their settings. I am sorry. Du blämen. Ja, ja. Ich hab gerade noch... Ich hab den Kleid aber nicht auf Deutsch geschafft zu stellen. Irgendwie, ja, auf Englisch, sorry. Oh mein Gott. Oh, die Tags sind online. Oh mein Gott. Was ist jetzt das richtige? Attack Move. Findet ihr es gut, auf einer... Auf besseren oder schlechteren Grafiken zu spielen? Schlechter. So schlecht wie möglich, ne? Eigentlich. Ich hab... Ja, ich hab... Ich hab... Medium Low, glaub ich, spiel ich. Okay, ich bin ready. Nein, ich noch nicht. Warte ganz kurz. Hä, wo ist denn... Ah, hier. Hier, okay. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ja, wir warten einfach kurz auf K. Nee, dann... Okay, jetzt bin ich fertig. Ich hoffe, es ist das Richtige. Okay, Smartcast, aber... Wie macht man das Discord-Overlay aus? Du musst in den Streamer-Modus gehen, oder? Ich weiß gar nicht, ob das was hilft. Sind wir ready? Ich glaube, ja. Der Chat ist so groß. Ich hab' noch... Okay, die Musik ist ein bisschen zu... Ja, dann mal los, ne? So. Oh, nee, holl mal. Okay, der skin is actually slick. Äh... Dieser Hau ist eins mit mir. Ich mein, Tolkien Goomba stompt einfach Top-Landern und sind sie eh full-Lady. Ja, trust. Trust. Ich hab gestern gespielt gegen Baus und Solo-Q, Quinn gegen Malfight Mitte und, äh... Ich hab Lane gewonnen und Game verloren. Das war sad mental edge über mich. Wer hatte Malfight? Ich hatte Malfight, er war die Quinn. Also, okay. Ich glaub, Anime Boardland hat 2000 LP mehr als wir. Also, steig klar. Das ist ja... Und ich schwer... Hatte ich denn Bad, also nicht mal... Ich bin auch gut washed, muss ich ja sagen. Der spielt doch gegen Nightmare. Press. Ich bin seit drei Tagen so vier Wins von Challenger und schaff's nicht. Also, ist schon peinlich eigentlich. Immer so win-lose, win-lose die ganze Zeit. Wo ist eigentlich die Grandmaster, Bruder? Weiß das jemand? Bei 50 oder so. Okay. Ich hab, glaub, 250, 360 irgendwo da. Not bad, not bad. 2000 und ein bisschen, ja. Für... Ich glaub, es sind auch mittlerweile zwei Leute, 2000. Nee, das Battle-Ufabie ist leider wieder gedroppt. Oh, leider. Mr. Baus scheint zu leaschen. Wenn der mich jetzt schießt, bin ich traurig. Ja, ich krieg dich, ich krieg dich. Hm. Oh, hat der Aracana Q gestartet? Ja, dann. Bei Wouti. Oh, ich hab das falsche Smartcast. Bei mir ist was ganz komisch. Ich muss jetzt zweimal... Ich muss zweimal klicken, damit mein Spell fliegt. Ja. Wie macht man das aus? Ja, das musst du... Wenn du Escape trickst und dann Tasten kürzt und dann Reichweitenerweiterung. Das ist der erste Hagen-Trunker. Der muss drinnen sein, oder? Der muss raus sein. Der muss raus. Aber der war gerade eben draußen. Jetzt hab ich ihn reingetan. Dann hast du gar keinen Smartcast drin, glaub ich, gehabt. Replace Quickcast with... Ist der erste Haken drinnen? Was? Der erste Haken ist nicht drinnen. Ah, okay, dann ist es das. Javan hat einfach neue... Icons? Ja. Ich finde, das ist... Erstmal, wenn es anfängt, ist das schon sehr potestlich, ne? Die neuen Hagens. Äh, Bottling moved jetzt in River. Ich... Also, in der Theorie könnten die nicht in der Haken kommen. Ich hab die Bogen eher hierhin. Hast du ein Wort, Brücki? Ne. Ich hab eh gleich. Also, ich werde das schaffen... Ja, ich glaube, die sind gerade bei deinem Red. Monster gibt es überall. Die könnten auch Mitte kommen. Ja, aber die ganken jetzt, glaub ich. Ja, sie könnten auch Reset sein, aber das würde eigentlich... Ich bin ruhig. Also, es könnte sein, dass jetzt Kindred mit denen zusammen vom Tri-Brett kommt, ne? Okay, Rakan ist hier, Rakan ist hier. Habt ihr Pushback oder was? Wie sieht's aus? Wir pushen jetzt gerade so rein in den Gegner, ja. Ich hab auch Mini-D-Med, also wir können hart pushen, wenn wir wollen. Ne, will ich nicht. Ich glaube, es ist zu spät. Ich werde wissen. Haben wir irgendwo irgendwo gehabt? Ja, ne, haben wir noch nicht. Also, sie ist einfach für Kalge, Rakan. Unsere Wave pusht ihr jetzt. Ihr müsst das Slow-Push haben, dass wir vorsichtig sein, ne? Weil sie ist auf jeden Fall Botzeit. Ja, wir sehen sie. Bittert ist viel Kindred. Hab ich noch nie auf Kindred gesehen, persönlich. Wen was? Dant ist Kindred. Oh, ne. Ich wusste nicht, dass der was anderes außer Haka und Diana spielt. Er hat mir erzählt, dass der... Sie, Kindred ist gerade gerecolt. Ich hab sie auf dem Recall noch gespottet. Ich habe sie auf dem Recall noch gespottet. Ich habe sie dann nicht geguckt, das. In N.A. wird wohl Hacker um 70% seiner Games gedronnt. Deswegen ist er gezwungen, andere Champions zu spielen. Der Stimpleena ist sehr praktisch gerade. Ne, ich bin gerade... ...around, aber... ...ich glaube, wir machen da nichts mehr. Nein, wir gehen nicht. Er wird jetzt vielleicht zu dir Movenar gehen. Vorsicht, die Wave ist bei mir geslupusht. Ich hab er gewordet, nur. Ich bin tief im endlosen Nichts aufgewachsen. Ich will das nicht aufmerksam. Ich bin TP-Advantage hier oben. Bing chilling. Wer hat der Wave hier wahrscheinlich basen? Ich weiß nicht, wie grüßt. Ich weiß nicht, wie grüßt. Da ist sie. Hätt ich nicht killen können sogar. Rotten hat jetzt Huge Tempo. Rakan wird gleich bei euch da oben sein können. Ist das ein Angle oder keiner? Ja, ich bin auch TP, aber eigentlich... Willst du pushen, oder soll ich basen, Brücki? Willst du pushen. Von Top-Lang-Schlicks mache ich dann auch anfangs zu proxieren den Abiron-Spike. Vorsicht, Rakan ist wahrscheinlich schon hier irgendwo. Ja, ich bin für all die zurückgekommen. Hast du den Dragon Warden, Brücki, von hinten vielleicht? Den Dragon, glaube ich, war fast geworden. Rakan keinen Flash mehr. Boom! Nice! Good Job! Was geht denn in meinem Chat ab? Ich versuche, die dich zu verwirren. Die schaffen es. Händen, dann lass dich nicht ablenken. Haben wir einen Counter-Game? Die gehen unten drauf, die gehen unten auf Brücki. Kinwit ist auch hier. Ja, wenn du sie im Game willst... Alle Spells sind raus, alles Spells sind raus. Warte, ich laufe nochmal nach vorne, vielleicht bait ich. Ah, okay, mach, 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 mach. Die wird hier rüber gehen. Ja. Ah, ich hab chillen sollen. Das gehen wir aufnehmen. Hook in 3. Ich... Tatsächlich, glaube ich, kannst du es predikten, dass sie da hingehen wird. Alles okay. Ja, du hast recht. Du hast recht. Was macht... Was macht der denn? Was macht der denn? Der ist aufm Weg. Der ist aufm Weg nach unten der Action. Ist der Killber? Ist der einfach beide am Proxy? Der Dragon ist Killber, wenn Freddy maybe moving kann. Ja, hier unten passiert nix. Ich kann auch gleich moving. Aber wenn sie das anfangen, sollen wir alles contesten, by the way. Ja. Okay, dann move ich auch zurück. Ja, aber wir killen die hier danach. Wir killen die hier danach. Die werden ja laut dadurch. Nichts zu weit nach vorne kann ich, aber... Der Dragon hat hier aufm Weg. Der Dragon wird Hex flashen, by the way. Sollen wir? Vielleicht kannst du hinten, aber noch nicht Nautilus, okay? Noch nicht Nautilus. Wir kommen... Ich komm von unten. Ich komm von unten. Ich komm von unten. Ja, weiter, weiter, weiter. Da ist nur das Base kommen. Hook in 5. Kinn wird Flash. Ich geh echt um Bluffs gone. Ich glaub, wir kriegen nichts mehr hin. Ja, das war's. Meine FPS-Versagen. Das ist fein, oder? Das ist fein. Kindred hat geflasht. Kindred hat geflasht. Kindred hat geflasht. Kindred hat geflasht. Ich bin weggemoved. Na, der kann noch nichts jangeln mit... Also, der ist Level 6. Aber probably. Zum Fick hab ich 60 FPS? Haben die auch immer FPS-Probleme? No. Nein. Er hat keine Kappe genommen. Er hat keine Kappe genommen. Einstellungen, maybe? Kann ich einen alten PC haben, Freddy? Es ist so geil, mit einem neuen PC zu spielen. Ach, schon cool. Ich hätte ja sonst auch immer 60 FPS oder so. Fights. Ah, meine ganzen Items haben auch keinen Smartcast. Äh, Rakan kann gleich mitkommen. Du musst aufpassen nach dem Trade. Ey, wir haben extrem gute Vision, ne? Scheiße. Also, außer der kommt über die Lane, aber... Bitte kein Flash, ne? Oh, der ist richtig bad, der Midliner. Bad. I like it. Der ist irgendwo in, bis hier range. Ja, ja. Ich hab gehofft, dass... Kannst du nicht kurz covern, damit ich bis W cooldown 4 Sekunden? Jo. Der hat leider Ocean Dragon, ne? Also, der healt sich ein bisschen jetzt. Da kann das jetzt auch hier sein. Ja. Also, vielleicht sollten wir den Harald spielen, aber ich bin mir grad nicht 100% sicher. Ja. Sieht eher weniger gut aus, ne? Also, ich bin nur stärker und ins... Oh, ich komme da nicht. Naja, alles gut. War echt sogar risky von mir rein zu hooken. Hook in 3. Kinrod ist auch 4. Die hat kein Flash. Die hat auch Level 6. Freddy in Ciles. Ich hab ult, ich hab ult. C-Rap Pryo. Nicht gegen Siri. Nicht gegen Siri. C-Rap hier, oder was? Könnte sein, ja. Ist einfach erstmal Pryo. Ich werde den Kin dematerialisen. Sie ist da dran, ich glaube, wir müssen ihn geben, ne? Ich kann mit Pryo gleich spielen auf der Web. Ich bin jetzt 6. Wollen wir, wenn sie zurück Bot-Lane-moven, irgendwas? Ja, wir sollten wahrscheinlich, dass sie die beiden Camps nehmen. Ja, ja, ja. On the way. Wie sieht Mitte aus? Ist Akshan zufällig da? Der ist low gewesen, aber der könnte standen. Aber er muss Base, ne? Blue ist up. Eigentlich muss er Base, ja. Er hat kein Ult, kein Flash. Ignite es wieder ab. Ich würde sagen, hatte und dann kommst du zu uns, Brücki. Kannst du schon mal zu mir pullen? Mhm. Ich hätte dich gerne Mitte während dem Flash-Timer irgendwann. Was ist das denn? Das sind ungefähr 4 Minuten. Was ist das denn? Das sind 4 Minuten. Ja, der hat gerade eben erst geflasht, ja. Der hat gerade eben auch geflasht. 12.40. Wenn wir mit zusammenstehen können wir das easy auch noch nehmen. Ich aktiviere Pflanze, ja? Ja. Ja. Dann kannst du das Auto aufhaben. Ich werde das zu meinen, dann gehen wir raus. Außen nichts. Dann mach gerne mit. Kann der nicht? Oh, der Heroid ist hier. Komm, 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 komm. Alle zu haben. Wir können das Seat. Kein Flash, kein Flash, kein Flash, kein Flash. Nice. Leider nicht hab ich den Heroid, aber es hat den Heroid. Ja. Wir wollen ihn neu annehmen. Freddy, переход von. iconic, komm, 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 komm. Komm zu uns, Carnic, Carnic, Carnic. Nein, wir können Zeit verschwenden. Mein Cannon Minion, was für Zeit verschwenden. Ich verstehe das, Carnic. Du hast meine ich morgen Cannon Minion. Danke. Wenigstens einer, Freddy. Ich weiß das nicht. Natürlich können wir ihn nicht, aber ich möchte die Waves nicht documents. Zumindest das hier vielleicht nehmen und die rausfassen, genau. Thank you. Darf ich noch? Ja. Ist das noch sweeten? Okay. Ey, wir resetten und töten Baus. How about? Er hat schon mal gehen. Aber er ist pretty strong, honestly. Trag keinen noch bot. Ihr habt Übershalten. Wahrscheinlich 2, ne? Mhm. Ich glaube, ich bin nicht divebar, aber ich habe wohl leider nicht gespielt, ne? Das Exhaust. Wenn ich gleich Botland schaue, sehe ich einen Double-Kill-Brücke. Die ist hinter mir, ne? Die kennen halt irgendwo da. Die hat nicht gechased, oder? Die ist hier. Ich will die Krabbe. Haben wir da auf? Sie hat keinen Ult. Good job, King. Waren wir all you? Ich recoil und komme noch roti für Dragon. Ja, ja. Perfekter Move. Boah, habe ich Competitive vermisst. Auch mal ein bisschen besser als Prime-League-Div49. Ich fange auf jeden Fall gerade an, äh, Ninja-Tubbies zu Russian, ne? Also... Jetzt kommt die Bliecher mit dem Aus rein. Ich hab ihm tatsächlich einfach Null-Damage. Das heißt, wir sind unten. Ihr sollte Base sein, wenn er auf Space kommen. Sieht, er sollte aus Space kommen, jetzt. Ich finde, er hat jetzt wieder Flash. Ihr seht den Timer. Mit wird auch wieder aggressiv gehen, ne? Willi, der wird fern... Ah, ok. Ich würde das einfach Russian, oder? Ich bin bei dir TP. Er fängt an zur Proxie in Vorsicht. Wurde ich auch TP. Wir hätten die Welt. Bei mir ist relativ dick. Wir hätten die Welt. Wenn du Serie in Geld kannst, kannst du einfach drauf, einfach drauf, einfach drauf. Haben die TP, haben die TP? Ja, haben sie, haben sie, ich hab auch TP. Dann müssen wir aber Akshay aufpassen. Oh, Gagas sind wir. Der ist sogar schon da. Ich TP'er. Akshan kommt, ich kann nach der Wave TP'en. Gerade keine E, ich kann nicht rein. Hook in 4, Hook in 4, Hook in 4. Akshan, sieht der Akshan? Akshan ist schon da. Gagas hat noch alles ab, Gagas hat noch alles ab. Ihr seid fein. Akshan schwingt. Hook in 2. Akshan. Wollen wir nochmal. Über Mitte, über Mitte, über Mitte. Über Mitte. Me base, me go. Der Engage war einfach, Fred, sorry. Der läuft hier gerade für dich, Freddy, ne? Siehst du? Wir haben eine Platt und gehen auch um raus. Warte mal, haben wir den TP nicht gesehen? Oder was war mit dem TP? Ich hab den nicht gesehen. Er stand glaube ich schon an dem Busch, oder nicht? Ich hab legit sehr früh schon raufgeschaut. Ich wusste es nicht. Das war komplett my bad, dann. Move zu Freddy. Der hat noch Holz. Der hat noch Holz. Die kommen alle, die kommen alle. Ihr seht's. Er hat Flash und Holz. Der Flash und Holz. Aber, wenn der Nahrang kommt, kann ich ihn nicht hier, ne? Akshan kommt auch, ne? Akshan kann auch rein. Du musst ihn da oben, glaub ich. Er hat wieder Flash jetzt. Der Playroom ist dann, der Playroom ist dann Kani, ne? Ja. Alle hinter Argo in Höhe. Ja, jetzt kommt der Wave. We are chilling. Ich hab TP. Aber komm noch mal, ne? Komm noch mal. Vielleicht kannst du sie zurück TP'n und wir contesten die Camps, ne? Ich bin sehr OP mit Goldwing. Ich move. Ja, ja, ja. Zieh voll mit mir in der Mitte und komme. Ja. Kannst du mir das auch nicht anhören? Ich glaube, die sind schon raus, also. Das reicht schon. Ja, ja, haben wir defended. Der turret ist sehr, sehr low. Ich use hier für die Pflanze. Upsi. Daisy. Oh, ich komm, ich komm, ich. Flieg, flieg, flieg. Oh Gott, die Dauer braucht noch ewig. Hab ihn. Oh mein Gott. Ich glaub nicht, dass er... Hab ich genug Damage? Bitte. Hast du noch einen hoch? Vier, drei. Zwei. Wenn ich sie hab, ich fang gerade zu deep. Chase, Leute. Aber... Bitte nehm ihn nach. Okay. Okay. Ich dachte nicht, dass es zu knapp ist. Ich dachte nicht, dass wir gehen dafür. My bad. Sorry. Nein, da hätte ich jetzt callen müssen, aber ich dachte, der ist free. Aber der hat Tubby's und ist full. Die sind alle mit. Ne Achtung. Bist du fein? Ja, ne. Wahrscheinlich nicht. Aus, 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 aus. Oh, ich bin auch noch dead. Mh, mh. Ja. Ja. Ja, da wird so'n Scheiße. Oh, my bad. Da war zu viel. Ich dachte, der wird einfach schneller bei Tubby's. Tubby's sind ein gutes Item. Gegen uns zwei, ja. Mhm. Zurück ist bald OP. Trust. Ja. Tatsächlich. Welchen AP-Build gehst du denn? Den Rage-Build oder den Full-AP-Build mit Liandriss? Full-AP. Full-AP. Ich bin stärker. Ich find Rage-Build nicht so cool. Ich find hier Top-Side öffnen. Geht man hier Liandriss oder Ludens? Ich geh immer Liandriss. Ich geh immer Liandriss, oder? Liandriss ist mehr Damage und CDA. Ich hab auch gelesen, dass du immer Liandriss gehen sollst. Ja, ne? Also ich hab auch nur, ich hab sie nicht setcheckt. Kannst du das pinkworten? Wir gehen Top-Side, okay? Ult in 20. Hat er eh? Er hat alles gerade ready. Er hat auch vieles benutzt. Der ist so belesen auf der Top-Line. Ihr müsst echt aufpassen. Er hat so viele Bücher immer. Kannst du schon die Setten, Kani? Kannst du schon die Setten, Kani? Kann ich schon, Agurin? Ja. Ja. War kein Spot-Set gelaufen. Ich hab keine Lust gedivet zu werden. Ich glaub, Tristano sollte auch mit in den Bot spielen. Ja, aber der Action steht da und der Rakern kann mich drippen. Wir haben keine Vision. Ich werd gemarkt. Ja, die sind bei mir alle. Ich kann roomen. Ja. Die können ein. Ja, das hat den gargeste TP in 10 Sekunden, wenn er wieder lebt. Vorsicht. Ah, dann können wir unten nicht abrufen. Alles okay. Wir klingen ein bisschen mit mir gleich. Du musst aufpassen, die können auch hier sein, ne? Ja, dafür bist du ja da. Ja. Das ist alles gar kein Problem. Hat der das wirklich schon ready? Ja, ja. Er hat die Unions gespielt. Ich hab auch TP ready. Ich muss auf Agurin warten mit Retake. Oder hast du gar nicht vor, zu retaken, Agurin? Ähm, nö. Also, ich mein, du kannst mal gucken. Ist ja nix mehr da. Redbar ist super easy done. Ich kann einfach farmen. Du kannst jetzt mit Agurin irgendwas machen. Alter, ne? Ich will einfach ein bisschen farmen bis zum Dragon. Ich hab Bock Mercs zu kaufen im Game, aber ich müsste eigentlich gegen Gragas. Ich nehm immer ein Risiko, wa? Kraft Stachel. Ähm. Ja, du spielst ja eh noch gegen ihn. Andy Botland kommt mit Tempo aus Base. Oder willst du später teamfighten? Ja, safe, oder? Aber safe für die Teamfight ist das nicht anyways? Also... Tabis gegen 3DCs ist schon sehr lustig. Ich glaub, du musst Tabis gegen. 3DCs, Tabis. Wie machen wir... Geht jemand von euch Frozen Heart? Randuin, zum Beispiel wenn ich's doppelkaufen? Ich werde drittes Item Frozen Heart kaufen, aber das dauert noch ein bisschen. Brake 60. Können wir den fighten? Das ist ne gute Frage. Ich bin... Ich bin weak als CD. Hast du die Nationalsbrüste dahin? Nein. Ich weiß ja, wenn wir dann fighten können. Ich weiß ja, wenn wir dann fighten können. Ja. Ähm. Ja, ich würd sagen, wir öffnen einfach mal Bot-Zeit. Mhm. Susana, ich und Nautil vielleicht? Jo, die kann von da meinen Pink hitten? Oh my goodness. Kann ich... Komm mal runter. Das war echt sexy. Aber er hat nichts Ready mehr, ne? Er liest gerne noch. Er hat Flash, er hat Flash. Ich brauch dich hier. Vorsicht blöken. Der wird unten nicht alleine sein, wenn er so vorgeht, glaub ich nicht. Der Midlane moved jetzt halt auch schon, ne? Ja, ja. Jetzt musst du... Beruhig, du kommst auch. Du kommst auch. Okay. Wollts noch spielen? Ja, ja, ja. Wir öffnen über Botlane. Darf ich hier sein? Ich werd's rausfinden. Auf hinten rum und rüber kommen, ja. Siri wird in der Mitte... Ne, wird nicht. Allgäste TP auf Standarte, wenn ihr reingeht. Oder... Könnt ihr noch mitte TP'n? Ich hab hier auch ein Watt. Jetzt hier sind auch Watt. TP... Ich glaub, du kannst zucken, ja. Oh, scheiße. Ja, ich sag kein Flash, kein Ult. Siri Ult. Siri Flash. Wir tun uns nur noch Action. Go Nash. Äh, hier greifen. Scheiße. Allein in den Spiel. Rakan, Rakan, kein Flash. Okay. Allein in den Spiel. Wait, what killed me? Ach, Siri. Siri. Well, shit. Ja, das sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Über die, Leute. Oh, oh. Can still win? Ich brauch Tabis. Aber ich brauch Merks. Ja, ohne eine 0-2 irgendwie läuft. Tatsächlich haben wir keinen Zugang auf die Serie? Oder hatten wir keine Kaiser-Ult? Oder was war da? Äh, doch. Ich kann nicht durch Rakan und Kragas Feuer. Also wir hatten quasi... Hier, du hast hier gefightet. Und hier war der ein Damage-Shieler. Oh, das hat unser ganzes Team gezaunt einfach. Ja. Dahinter Backline. Wie kann man dem nicht vorbei, oder? Das war ein sehr Problem für dich. Können wir nicht hitten. Ich war drinnen, aber wurde einfach Kind-Ul-Safe. Der gute Kragas. Und dann Explosion. Yes. Ich hatte die Serie gecaged, aber ich hatte halt nicht genug Damage. Mhm. Wirklich können wir mit meinen Flash spielen auf, auf Serie vor allem. Ja, jetzt hat sie keinen, ne? Wir haben schon gebeten, mit meinen Flash standen, mit vollen Klicks. Also geht mir noch ein bisschen mehr. Und der Fight ändert sich auch 100%, weil wir da einen Range-Vorteil haben, ne? Also, wir müssen da nicht mehr liven theoretisch. Äh, ich glaub der Top-Handler von denen spielt ein bisschen zu schnell, gals? Ja, wir können auch. Das war so nett ausgedrückt dafür, dass er am Enden ist. Ich hab dabei aber... Ja, 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 go, go. Ich komm auch noch. Oh no. Ich hab gleich EQ wieder. Zwei Sekunden. Okay. Wunderbar. Okay. Ich würde rein dem F nehmen. Ich denke jetzt legal, dass da eine Akschan ist hier. Akschan wird unten schreppen auf mich, ne? Wir sind alle... Wait, Nash is free, 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 Nash is free. Die sind alle... Das war nur eine Serie, oder? Was ist mehr für Freddy? Also... Serie allein reicht, Serie allein reicht. Die haben keinen TP. Okay. Ja, ja. Das ist guter Qual. Wenn du TP ihn kannst... Ja, das hat noch keinen TP. Ja, das hat noch keinen TP. Die hat keinen Flash. Auch Medaillon jetzt nicht. Okay. Ich würde mal gucken, ob wir die hier kriegen, okay? Ich komm von unten, ja. Ich komm von unten. Nash is free, Nash is free, Nash is free. Kannst du die holten? Nice. Komm, ich komm, ich komm. Das wäre ein huge Kill, wenn wir die kriegen. Die hat keinen Flash. Die hat keinen Flash. Sie hat keinen Flash. Die wird wieder Nash reset irgendwo versuchen, ne? Muss sie eigentlich. Ich hab 10 auf Olds, 10 auf Olds, 10 auf Olds, 10 auf Olds, 10 auf Olds. Hast du rausgehend Auge? Nice. Jetzt kill den! Das war eigentlich... Das Flash muss keiner cringe, aber... Das war eigentlich... Das reißt die stark, ne? Aber noch anschauen, ne? Ja, das war schon rough. Ah, das war my bit. Ich hab sie nicht gespottet bekommen. Er hätte überall sein können. Also, oben, unten. Ruffy McTuffy. Das ist meine Bestimmung. Ihr könnt von mir... Ich bin gleich oben bei dir trocken. Mit Follow-up. Hast du Flash keine für Seele? Äh, ja. Weil sonst kommen wir nie auf Ceri rauf, glaub ich. Ja, gut. Mein Flash hilft kaum was. Also, ich kann ja Flash ulten, aber... Also, wenn wir Blank kriegen und dann Brücke rein... Ich bin um da, ich bin um da. Wenn das dann drauf geht, haben wir den Kill auch. Ich hab nichts. Wahrscheinlich machen wir nicht für den... Er ist ein belesener Dude ohne Cooldowns. Wir haben ihn ja. Ist das der einzige mit Flash? Der Ax schon auch, ne? Ja. Ich hab Shutdown bekommen, Leute. Wenn ich jetzt... Wir sollten trotzdem spielen. Wir sollten Top spielen zuerst. Okay. Also, wenn ich dabei bin, glaub ich, kennen wir den. Vielleicht shadowed er gerade... Ich bin wirklich ultra stark jetzt. Ne. Ich hab noch EQ bald. Ich komm nicht hinterher. Brücke kommt vielleicht hinterher. Ja, wenn es ist Brücke. Ganz knapp nicht. Ja. Ich hab eine Range. Ich hab eine Range. Ich hab eine Range. Okay. Ich hab das jetzt. Ich hab das jetzt. How about Ceres? Aber das ist nicht Ceres. Der Backup, der Backup. Ja. 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 Wir können dir vielleicht schießen, wer weiß. Shit, vor allem alle unsere Champions sind nicht drastorn. Tatsächlich macht die Seele gar nicht so viel. Das ist, glaub ich, die Beste, die wir hoffen konnten. Ich bin da, ne? Die Seele. Achso. Achso, ich bin bei unsichtbar. Mach chillen. Ist schon gut für die, die haben alle HP. Also, ein Body, ne? What? He knew the entire time. Er hatte sogar Vision auf die Stadion. Oh, ihr werdet zugehopst da unten. Ihr werdet zugehopst. Also, wir sind auf dem Weg, aber ich glaub, ihr seid zentern. Hey, Blöki outplay das doch mal, hä? He, he, he. Ja, ich guess die hatten einen Worte, Busch. Scheiße. I guess so. Oh, no. Oh, hier ist noch was. Ist der Best of Five, ist der Best of Five. Ja, ist der Best of Five. Wir müssen uns ja erstmal warm spielen, ne? Erwartungen auch drücken, sodass wir dann richtig einen aufspielen können danach. Richtig. Ja, vor allem jetzt. Es wird jetzt dann Vogelwild. Es sind einfach zehn Champions jetzt nicht mehr verfügbar nach dem Game. Voll geil ist das. True. Ist so richtig, ja. Kann ja irgendwer schon den, schon bitte sein? Hm, ich mein, die haben Nashwickler noch, oder? Die, die vermutlich ja. Ja, in alle Mittel. Ich kann top rutschen. Dankeschön. Hatte ich jemand gesaved? Tani hat mich gesaved, ja. Das war fürs Kennen Minim von vorher wahrscheinlich. Ja. Eine Hand wäscht die andere. Wollen wir? Was wirst du machen? Trappen hier oben, weil die kommen jetzt alle hier rein. Ich glaube wir brauchen Schießkills. Ist er jetzt gerade? Auf den Action hier? Der läuft hier rein. Ja, ich hab die Fee, aber wir sind alle erst auf dem Weg. Die können halt die Zwischen haben. Du musst auf dem Weg sein, du solltest glaube ich nicht pushen. Weil wir ja moving. Der ist hier, er ist hier, er ist hier, er ist hier. Lauf drauf, lauf drauf, lauf drauf, lauf drauf. Der ist hier. Wir sind hinter uns, aber können wir spielen. Schön. Ja, da kann Ulti auch. Er ist durch den River, durch den River. Wave into River, wave into River. Guck, ob ich auf Kino gehen kann, Sekunde. Ja, das Problem ist natürlich, dass der Gragas jetzt uns flanken kann. Ich hab die Pushs durch, Freddy. Ich hab leider keine Worts mehr. Denk ich auch, ja. Und sobald Gragas sich zeigt, dann kannst du unten... Gragas ist unten. Ich nehm dir zwei einfach, oder? Tiri war auch Bot-Side-Jungle sogar. Ja, ich glaube, ich nehm dir zwei. Kann ich verpassen, ich bräuchte Worts. Warte kurz noch, warte kurz noch. Einmal noch und jetzt neu channeln. Okay, wenn die rotieren, dann trappen wir jetzt hier, okay? Wir trappen hier, wir trappen hier. Und wenn wir können, skillen wir Seri. Du versuchst zu tun, das wäre nicht da, aber am Ende ist das kein Obvious. Ja, Freddy spielt definitiv so, als wäre er alleine. Ja, I mean, ja. Ich gebe weiß. Ich glaube, jetzt kein Plan mehr. Wir trappen hier, wir trappen hier, wir trappen hier. Das ist so psycho, das könnte funktionieren. Ja, wir trappen hier für immer, okay? Serie oder Anstatt, ansonsten raus. Also, um mal vielleicht... Oh mein Gott, die kommt. Nein! Nein, das Blut trinket aus der Hölle! Please. Okay. Blut trinket. Rass, 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 rennt um euer Weg. Aber wir müssen am Ende auf die Flaschen, oder? Nein, 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 nein. Ich glaube, es gibt hier kein Leben. Das ist eben... Ich gebe Kani auf. Wieso Kani? Er ist doch noch so jung. Ehm, ich bin auch wahrscheinlich tosend Bausi Baus. Das Blut trinket. Er hat's gerochen. Sein Spidey-Sense. Rookie, look at me. I can't get away from this guy. Crazy. Ich bin noch ein Weg zu dir talking, aber... Ich bin noch ein Weg zu dir talking, aber... Ich bin voll smarter mit dem Blutwinkelsatz. Er hat uns... Er hat unsere Number. Aber es war jetzt auch nicht so geheim, ne? Wir hätten in dem vorderen Bus hinten ja auch stehen können. Das war schon gut. Muss ich sagen. Das war schon sehr gut. Wir müssen bis älter spielen. Wir brauchen älteren. Wir brauchen älteren. Wir brauchen älteren. Kirit ist geflasht gerade. Siri ist auch geflasht, ne? Pass auf. Es wird jetzt einfach wieder Bröki-Pentakill. Ja, natürlich. Das ist... Aber warum? Ich bin kind of ready, though. Ich weiß nicht, ob das noch free ist, aber es war auf jeden Fall free. Vielleicht können sie die Division dort nehmen. Die haben ihn grad gelegt. Ja, ja, ja. Pass mal auf, Bröki, ne? Nicht, dass da... Okay, bitte engage. Der Action geht nach Base. Digitierung. Digitierung. Ja, wir sollten nach einem Engel schauen. Hier ist es aber mit Trissala zusammen und mir, okay? Jo, mach die denn. Wenn nicht, ist das alles vielleicht auf den Daumen. Aber noch Flash auf einen Händen. Schnell, ne? Wird ziemlich sicher mehr als eins. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Wir kommen alle, wir kommen alle. Die Boys. Spiel mal langsam. Ich geb dem mal erstmal nichts. Der hat noch eh das Flash. Überlebt halt, oder? Nein, nein, nein. Please kill it. Danke. Okay, jetzt ist der Base-Bot. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Du musst einfach hoffen, dass der Action dich jetzt nicht killen kommt. Ne, Action ist Mitte. Okay. Ich geh schon ab und so. Ich geh schon ab und so. Ich geh schon ab und so. Wir müssen nur Deffen hier. I mean, außer du willst Flank Tipeen, aber ich glaube, wir gewinnen nicht mehr auf jeden Köln. Ich glaube, Tipee ist erst sobald jemand darf, aber wir sollten schon Mitte pushen. Oh, aus, 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 aus. Nein. Ja, ich bin da tot. Ich komme auf dem Moment nicht mehr weg. Bist du wirklich? Der, der Rakan kommt und ich bin drin. Also ich glaube nicht, das muss Deffen kommen, ne? Außer er failed. Ah, ich glaube, es ist das Game. Anyways. Wir haben ja auch Tipee von Rangas. Du hast trotzdem versuchen zu Reset, wenn du noch was hast. Sie, Freddy! Ach so. Ja, ja, Reset. Ich glaube, du musst sogar Tipeen. Ja. Ah, Mann, ey. Werft meinen Knapp auf sie. Ciri hat keinen Flash. Ja. Alright. Ja. Ja. Ja, gang wir auf mich. Also zum Teil auf mich zumindest. Na, von, also ich kann nicht zwar nur starten, sondern so useless sein. Das ist mal wett, das ist mal wett, das ist mal wett. Ich habe perfekt gespielt. Ich bin sehr, sehr gut von denen, aber holy shit. Das war Warm-Up, genau. War Warm-Up. Erstmal ein neues Setup gewöhnen und fuck Ciri Rakan. Ey, was sind das für Champions? Ey, jetzt gibt's ja nicht mehr. Das ist so geil. Ich liebe das. Das ist schon sexy, ja. Das heißt, wenn du weiterkommst, das sind BO5, ne, auch. Ja. Am Ende hast du ja gar keine Champions mehr. Ja, am Schluss spielen wir dann Miss Fortune gegen Grave Spotlane. Ja. Ja, sowas in die Richtung. Das ist ja unendlich geil, ne. Man gibt's keine Stats. Ja, tatsächlich. Die gibt's vielleicht nicht auf dem Terminus-Client. Hä? Ich pack einfach leider. Also normalerweise wird sie schon. Mhm. Ja, schnell next. Was sind unsere Adaption-Team? Was haben wir auf Redside? Er sagt, Ben, die Champions, die wir gerade eben gespielt haben. Genau, ja. Das macht Sinn. Bloß danach musst du dann irgendwie eine Tabelle oder so führen, glaube ich. Ja, ich hoffe, das macht der Cast, oder? Naja, aber das wird doch bestimmt irgendwer durcheinander kriegen. Weil es gibt doch auch Rollen, da hast du einfach auch, wenn du im fünften Game bist, und die vier Metachampions, die du spielst, sind weg. Das ist ja... Das Ding ist... Das ist schon heavy. Also, zehn Supports ist schon... Also, weiß ich nicht. Crazy Jungler, oder? Gibt's genug Jungler? Ja, schon. Also, wir werden den Bart spielen müssen an einem Punkt, ja. Also, Jungler ist, glaube ich, genug, ja. Ich denke, wir kommen da nicht so rum. Wir brauchen den Bart. Also, es geht gar nicht anders. Ich glaube auch, dass wir den Bart irgendwann brauchen. Also, ich denke auch, wir sollten eine Runde Bart spielen zumindest, ja. Juhu! Können wir ja machen, ja. Aber der ist ja auch saugut. Du kannst den ja einfach sehr gut. Das war nur ein Scherz. Ich glaube, wir sollten eine Runde Bart 6 oder sowas spielen. Oder Bart Esi oder sowas. Können wir alles machen, ja. Es ist nur... In dem Game war Nautilus halt wirklich gut. Ich bin auf den Nachbarn verzeiht. Wir müssen ja auch drüber nachdenken, was wir denen den einen können, ne? Tatsächlich. Das ist ein sehr guter Call, ja. Wie ist dein Vel'Koz mit dem Freddy? Also, zum Beispiel jetzt... Mein Vel'Koz ist tatsächlich ziemlich gut. Ja, eben. Du hast ihn früher gespielt, so. Aber kannst du doch gegen Talon... Das Problem ist... Talon ist fein, aber gegen Kasadin ist ein Problem. Aber der spielt... Die Betonung auf dem Talon. Ich glaube nicht, dass er noch Kasadin spielt, oder? Däremien wird hier... 세�ter. wird. Le blass geht.